hallöchen meine lieben freunde willkommen zurück auf den holydiver 231 kanal ich bin euer holy und ja es wird mal wieder zeit für einen kleinen aber feinen vlog ich weiß nicht ob er ernst also richtig ernst wird oder so aus happy deppi gute laune kann ich jetzt nicht sagen euch ist bestimmt aufgefallen dass es momentan sehr viele projekte gibt auf meinem kanal wie ich jetzt mal aufziehen werde werde vor ist mein hart let's play dann tu wird epic edition dann kommen noch zwei wirbelspiel zu einem botaniker 1 reise ins unbekannte und klimt versagt das mysterium von venedig auch der erste teil dazu kommen noch euro tracks mir leider zwei wo ich für euch in verschiedene länder fahre und müsste ein sehr sehr schönes survival game genauso wie der forest am sonntag kommt ja für euch immer ein angezeigt video und darüber möchte ich heute euch mit euch ein bisschen diesen vlog sprechen weil ich doch das gefühl habe dass es einigen leuten ein wenig zu viel wird die meisten das müssen das weiße alle die ich jetzt hier habe die werden werden das jetzt nicht so wirklich schreiben oder sagen oder denken wollen oder so in der richtung aber es fällt halt eben ein bisschen auf und zu dem punkt ich möchte mal zu dem punkt zu diesem projekt kommen angezockt angezockt ist nichts anderes als ein projekt wo ihr entscheiden dürft ob ich das spiel was ich anzocke später irgendwann einmal let's playen soll oder im stream spielen soll und ich glaube da ist der kroschen noch nicht so wirklich ganz gefallen weil mir ist aufgefallen es gibt zwar einige leute sagen also es gibt jetzt momentan zwei stück die einen sagen dass bei den ein spiel der eine person sagt bei den ein spiel ich soll das let's playen dass die andere person sagt ich sollte das andere spiel streamen bei mir ist aber das problem ich kann nicht wegen einer person sagen ja okay wenn die eine person will dass ich das spiel streamen dann streaming ist und er kann auch nicht sagen wenn die eine person sagt ich dass ich soll das spiel jetzt bleiben dass ich das letzte bleiben soll ich würde ich würde das schon eher feiern wenn mehrere leute abstimmen ja ich möchte dass du das als let's play bringst oder dass andere leute mehr viele leute abstimmen ja das heißt als stream spiel bringen aber da ist momentan nicht viel und wenn ich so sehe dass das so wenig aktivität ist dann wird das bei dem projekt halt eben nur bei einem angezockt bleiben und dann werde ich entweder dieses spiel wieder vom rechner schmeißen oder dass wir ein paar bestimmte spiele wirklich drauf halten weil ich vielleicht auch irgendwann trotzdem lust selber bock habe das zuletzt klein oder zu streamen und das das ist halt das ist das ist jetzt das angezockt projekt ist jetzt nicht gleich das spiel gleich am nächsten tag oder der nächsten woche gleich als let's play kommt oder stream sondern ich werde mir eine liste machen für let's place und eine liste machen für stream spiele und wenn ich sehe dass viele 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 leute das spiel als let's play haben wollen dann will ich das let's play und wenn leute wollen dass ich das streamer da wird das ein stream spiel ansonsten werden das halt spiele die nur angezeigt werden und dann kommen sie wieder runter vom rechner weil den platz könnte ich für was besseres dann beanspruchen ist ja ist ja logisch ist ja klar und da kann man auch zu kommen jetzt zu den nächsten themen nicht kommentare die sache ist die ich kriege zwar jetzt so sagen wir so jetzt ich sage nicht sehr viele kommentare aber ich kriege kommentare das freut mich ungemein das finde ich super toll von euch für die wo das halt machen für dies muss jetzt nicht machen sagen ich schaue sehr viele videos und hier aber ich habe keinen bock zu kommentieren und so weiter ja muss ich ja sagen soll ich bin ein bisschen heberlich deswegen wackele ich mir den kopf zu den leuten muss ich sagen muss ich einerseits sagen dankeschön dass wir trotzdem interesse bei meinen videos hat aber ich denke mal das wird es wird schon hin und wieder mal die situation gegeben haben bei euch wo ihr dann sagt ja okay das hat mir jetzt nicht so gefallen das hat er jetzt besser machen können oder oder das hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen oder das hat er sehr gut gemacht aber erst dann sagt ja ich habe keine lust zu kommentieren und dann ärgert ihr euch oder schüttelt den kopf warum er das nächste video nicht besser macht dazu ist ja die kommentare leiste dazu gut dass ihr euch da ran waren könnt mit euren zehn gesunden finger wenn vorhanden und mir schreiben könnte in die kommentare hey das hat mir jetzt ganz besonders gefahren im video das ist ein richtig tolles spiel und dann könnt ihr andersrum auch noch schreiben hey das und das könntest du im video oder beziehungsweise im spiel verbessern oder noch besser machen dann kann ich das nicht lesen oder das kann sogar jeder wird man mit sogar jeder youtuber machen der liest das dann denkt sich okay überlege ich mir denke ich mir durch den kopf und dann setze ich das im nächsten video wenn ich es natürlich machen kann wenn ich nicht natürlich machen kann in die tat um aber das problem ist wenn halt nichts geschrieben wird aber man sich trotzdem denken dass das und das könnt ihr besser machen oder das und das und das war gut das und das und das war scheiße ich habe glaube ich habe das in ein paar videos schon von mir gesagt ich kann leider beziehungsweise wie youtuber können nicht in eure köpfe gucken also sprich wir können keine gedanken lesen ich glaube dass wir werden einige leute froh dass sie keine gedanken lesen können war überlegt euch mal wenn ihr alle gedanken der zuschauer oder der menschen der gesamten weite welt in euren kopf hören könnt dann seid ihr reif für die klapse dann heute und dann müsst ihr euch eine zwangsjacke anziehen lassen was sonst denkt ihr an selbstmord also wenn ich eure ganzen gedanken hören täte von sagen wir mal 1000 menschen das würde mir sogar reichen ich würde mich in der nervenklinik also nervenklinik einschreiben lassen und mich mit der zwangsjacke festbinden lassen weil ich würde mich wahrscheinlich umbringen wollen wenn ich so viele gedanken hören würde einerseits sagen wir so hat es jetzt etwas gutes wenn man gedanken lesen können andererseits wäre es für den glaubt für den menschlichen verstand für meinen verstand zu viel und ja es wie gesagt ist es wäre auch wirklich wunderprächtig von euch wenn ihr das wenn euch was nicht passt oder euch was besonders gefällt in den videos schreiben tätet sogar hier unter diesem vlog wie ich den wieder besser machen könnte für euch zum beispiel dass wir aussuchen so einen schmanker ja ich bin der bayer deswegen also wenn es nicht verschmanker versteht das wäre auch so etwas echt geiles von euch wenn ihr das machen würdet ja weil ich denke ich denke mir ist immer so wenn ich so meine projekte mache also sprich meine let's place und so oder hier wie logs oder angezockt und keine schreibt was unter den kommentaren da denke ich mir okay wenn da keiner was schreibt werden die leute schon zufrieden sein damit und da könnte ich manchmal richtig liegen könnte ich aber auch falsch liegen und das ist das problem und zur anderen seite was jetzt kommentare vorschläge tipps und allgemein kritik angeht bin ich mir überlegen mal es mal nur zu versuchen so als test so als testlauf dass ich tipps vorschläge kritik nur unter meine videos annehmen oder wünsche also sprich was zum beispiel jetzt wieder zu diesen angezockt projekt geht wenn da jemand in den kommentaren schreibt let's play stream wäre geil dann würde ich das auf jeden fall annehmen und lesen aber wenn wir jetzt außerhalb jemand im facebook steam disco teamspeak oder sogar im real life mir sagt hey das könntest du besser machen video oder ich hätte das gerne als let's play werde jetzt vorerst mal nicht darauf reagieren aber bedenkt ist nicht böse gemeint ist wie gesagt nur ein testlauf und ich will auch nicht jetzt auf das auf das auf den zweig jetzt kommen sagen ja das ist jetzt zwang das ist jetzt ein muss ich will euch dazu zwingen zwingen kann ich euch zu gar nichts aber wenn ihr grundlegig mal ganz von a bis z mal nachdenkt habe ich eigentlich irgendwie recht damit weil kommentare sind kommentare und kritik ist kritik vorschläge sind vorschläge tipps und tricks sind tipps und tricks und wenn man wenn ich die jetzt unter meinen videos lese da würde ich auch mehr von euch merken dass ihr auch wirklich interesse habt an meinem kanal an meinen projekten und das würde ich mich das würde mich so richtig tierisch freuen da würde ich vor freude in die luft springen und hakensprünge machen so auf gut deutsch zu anderen was meine jetzt ganzen projekte angeht habe ich mir überlegt die werde ich jetzt alle zu ende bringen und wenn die zu ende gebracht sind dann wird es wenig hinkriegen und ich wird es bestimmt hinkriegen nur noch zwei projekte in der woche geben beziehungsweise drei projekte machen wir nur drei projekte weil es jetzt momentan glaube ich acht oder sieben und das werden welche in der woche geben und es wird ein projekt dann am wochenende geben weil ich denke mir ich werde das angezeigt projekt jetzt eine zeit lang noch machen und ich merke dass du überhaupt keine reaktion kommt überhaupt keine oder nicht so viele reaktionen wie ich es gern hätte weil man kann auch nicht zu einer sagen wir sehen zu einer wahl gehen und sagen ja da kommen jetzt nur ein zwei leute hin und diese ein zwei stimmen sind gelten als 100 stimmen weil ich meine es gibt nicht nur zwei leute in einer stadt oder in einem dorf oder in einer gemeinschaft sondern es gibt ja mehrere versteht ihr so ansonsten ich hoffe ihr hattet bis jetzt ein schönes wochenende das war es jetzt erstmal von diesem vlog ich bin gespannt wie eure reaktion ist wenn überhaupt eine reaktion kommt versteht sich und in form von kommentaren versteht sich nicht von von irgendwas anderen sondern von kommentaren ansonsten wünsche ich euch einen schönen rest sonntag einen schönen start in die neue woche und bleibt alle gesund und ich hoffe dass euch der corona virus nicht heim sucht oder ähnliches denkt immer dran in geschäften und so weiter rum immer masken zu tragen auch wenn sie nerven haltet abstand zu anderen menschen ein meter oder so oder 1 meter 35 1 1 von beiden bleibt hygienisch bleibt gesund bleibt gut gelaunt und ich sage mal bis zum nächsten mal tschüss tschüss tschüss